... Blut 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 Diese mit meinen Uppern muss ich doch nicht verletzen. Ich habe jetzt einen Treffer. Deshalb los da ist der Treffer. Bis er in die Strecke will. Die Treffer muss wegnehmen und die Reibung hat den Boden. Deshalb muss ich das nicht ausprobieren. Immer. Egal. Wetter. Klebe. Das hinten ein bisschen raus, kannst du vergessen. Ich muss ja erst mal warten bis der Reinhold Messner hier sein ganzes Zeug gepackt hat. Ich muss ja erst mal gucken. Ich muss ja erst mal gucken.